Zählt versicherungspflichtiger Minijob auf die Wartezeit 45 Jahre dazu? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe wieder eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de bekommen, und zwar zum Thema Arbeitslosengeld und Wartezeit 45 Jahre. Also die Dame wollte von mir wissen, ob der Minijob, den sie neben diesen Bezugszeiten Arbeitslosengeld I ausübt, auf die Wartezeit der 45 Jahre angerechnet wird. Sie hat die 45 Jahre noch nicht voll und ist jetzt durch eine Betriebsschließung arbeitslos geworden und hat die Befürchtung, dass sie die 45 Jahre Wartezeit für die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht erreichen wird. Und sie hat aber irgendwo im Internet gelesen, dass der versicherungspflichtige Minijob wohl mit dazu zählt und ob denn das sein kann, weil der doch so geringfügig bezahlt wird mit 165 Euro, ob der als Wartezeit mit dazu zählt. Gar keine Frage. Der versicherungspflichtige Minijob, sagt ja schon der Name, versicherungspflichtig, ist ein Verdienst aus einer versicherungspflichtigen Tätigkeit, und zwar aus einer rentenversicherungspflichtigen Tätigkeit. Und seit 2013 hatten wir ja eine Änderung im Recht der geringfügigen Beschäftigung und seit 2013 ist die geringfügige Beschäftigung, wenn man sie erstmals aufnimmt, immer rentenversicherungspflichtig. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie 20 Euro im Monat verdienen oder 165 Euro im Monat verdienen oder 420 oder 520 Euro, spielt keine Rolle. Diese Tätigkeit ist im Regelfall immer versicherungspflichtig. Ausnahme, wenn Sie beim Arbeitgeber sagen, nein, Sie wollen die Versicherungspflicht nicht haben, dann ist der Minijob nicht versicherungspflichtig. Aber grundsätzlich, versicherungspflichtige Minijobzeiten zählen als volle Pflichtbeitragszeiten für die Wartezeit 45 Jahre. Und wenn Sie den neben dem Bezugszeiten Arbeitslosengeld 1 ausüben, müssen Sie sich dann im Wesentlichen gar keine Sorgen machen, weil jeder Kalendermonat, den Sie da im Minijob arbeiten, wird an die Wartezeit der 45 Jahre angerechnet. Und deshalb können viele Leute, die im Bezug vom Arbeitslosengeld 1 sind, dann auch die 45 Jahre Wartezeit trotz dieser Zeiten erreichen, wenn Sie einen versicherungspflichtigen Minijob neben dem Arbeitslosengeld 1 Bezug ausüben. Bitte nicht vergessen, 165 Euro sind beim Arbeitslosengeld 1 anrechnungsfreier Verdienst. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.